Oh, oh! Hm... War das schon rechtens schadet? Ja, warte mal! Was ist das? Oder, ups. Seitdem gefällt's mir nicht so ganz. Jetzt. Hä? gerade so leitung ist da kommt das ist doch wohl witz frage nico wird er schon mal schließen jetzt habe ich habe mich das diagramm nicht ganz hat ganz so ziemlich genug strom weil gefühlt sinkt der strom weil nur bei 200 akku power sind muss ich eigentlich 100 prozent sein weil er hat das auch schon ganz schön ich war nämlich zwischen blau und orange schalt oder die rechte anzeige ja vor anzeigen zwischen blau und orange ja also bestellten gefühlt ja keine ahnung wir verstehen wir gerade auch gebrauchen nur immer mehr immer weniger ach ach so oft auf dem graf selber meins ja und rechts die akku die in der der farbe manchmal auf orange bei mir nicht bei mir ist die immer blaue naja eben schon produzieren die für achten wir produzieren so circa 10.000 12.000 die graue spur war durchgehend exakt auf der orange also jetzt gerade wo du geschaut hast ist erst mal oben gesprungen äh was scheiße warum läuft die akku ist nicht mehr wirklich ja wo du gerade drauf geschaut hast habe ich mir erst mit dem strom aus einfach mal das war fun gut dass wir akkus haben nico das wäre schlechtes strom raus ja der wäre komplett aus ja das ist problematisch man hält am akkus und jetzt wird es auch wieder aber war ich habe mich auch wundervorben der graue hat gesagt okay die vielleicht akku ist so viel produzieren wie wir verbrauchen deswegen ist der graue balken hat auf dem branchen sind aber ja aber warum schwankt das auch so exakt oder mann mann übrigens 88.000 irgendwas an produktionen das du schaust an produktionen also ja ja sogar bei 7000 irgendwas nach nur noch mal wasser oder so also ich sag mal so eigentlich dürfte nicht recht strengig nichts fehlen ja klar wo wir geschaut haben vorher nicht geschaut und dann machen wir mal akkus leer blum aus das wäre bitter ja gut ja erstmal fertig bauen haben wir ein bisschen zeit haben mehr akkus ne zweit besser läuft noch nicht was ja nicht so dass gar kein akkw läuft ich meine wir verbrauchen ja quasi so viel wie wir äh ne was von daher was das ja warte oder warte können wir andere dinge anschließen oder ja würde ich sagen noch mal k warte k und warte wie warte 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 Äh, wo lang? Wo du schon mal so lange gezogen hast, oder wie? Äh, ja. Grob in die Richtung. Verschein? Ja. Verschein? 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 Zu lang. Auf jeden Fall. Nice. Oh, wow. Alter, da fehlte nichts mehr quasi. Das war quasi drin. Aber, ne. Ja, aber das ging nicht vor. Das war zu lang. Ja. Ach, ja, tschüss. Ich hab die hier schon mal dann... Äh, platziert. Klar, das ist zu lang. Jetzt auf jetzt? Okay, ne, ich wollte mal den Andring abbeißen und dann wie möglich sparen. Mhm. Scheiße. Wow. Okay, geht's nochmal mit der Weitere maximal. Super. Mal probier du mal. Geht oder geht? Weiß ich nicht. Probier. Jawoll. Nur ist. Sehr schön. Okay. Es war ja, ging ja viel schneller als das andere. Also die anderen kann das zu ziehen. So, hier geht's auch hier jetzt unten ran und bei anderen geht's oben. Das ist nicht los. Das ist nicht los. Das ist gut. Dann Pech, ja. Oder passt einfach hier beim Zug durch? Ach so. Würde ich sagen... Uiuiuiuiui. Ja, ja, easy. Ach so. Äh, ne. Boah. Alter, easy nicht. Ähm. Übrigens, Apo easy. Ich hab dir immer eine Hälfte von meinem Jetpack-Crew gegeben. Ich würde gerne zurückhaben dir 30, weil ich hab nichts mehr. Null. Äh. Oh. Oh, ja stimmt. Ja, ich hab 121 immerhin. Ja. Zumindest 30, da steh ich dir auch gegeben, aber sonst bin ich leider egal. Ah, 60. Okay. Ja, gut. Das müssen wir bearbeiten. Dann warte, dass da einfach mal ein Lift dran bauen. Ein Stückchen hoch und dann... Wo ist denn eigentlich unser Zug? Ich hol schon mal den Zug, damit wir wissen, wie hoch wir müssen. Ja, ein Ding hoch. Wird ja schon. Aber wir brauchen den Zug, so hier als von da her. Ja, machen wir mal. Okay. Jetzt easy. Passt. Probisch. Schauen wir mal. Ah. Voll. So scheiße aus. Wunderbar. Hier passt es knapp. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, dann kann ich... Ja, dann auf zum AKW oder wie? Ja, nee. Geht nicht. Wie geht nicht? Das ist das Problem. Oh mein Gott. Ja. Wir haben quasi null Filter gefühlt. Ja. Zur zweiten Base? Durch Filter herstellen. Oder Hauptbase. Ähm. Ja. Weil ich mir da was überlegt habe. Nice. Ähm. Wir können erstmal mal grad die Bahnhöfe benennen. Ähm. Ja. Ja. Quarz. Äh. Ähm. Z? Welch? Ähm. Mazza? Ja. Hab ich grad wieder getestet? Hab ich schon wieder die Sprache umgestellt? Ja. So, jetzt gehen die Z. Also einfach so. Refaktorium. Wir müssen jetzt gucken, in welchem Land Quarz abgebaut wird. Und das so nennen. Irgendwann. Aber. Nee, nee, nee. So. Äh. Wo war denn hier nochmal Öl? Da ist Öl. Ölabbau. Okay. Dann machen wir also. So. Machen wir auch mit Zahlen, oder? Also Quarz Abbau 2 nennen wir es dann, oder? Ja. 1, 2, 1. Oder wie wäre es los? Ja. So. Einmal kopieren. Okay. Perfekt. Äh. Achso, ja. Mit dem... Ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir... Wobei Filter müssen wir sowieso herstellen, ja. Ja. Das dauert halt ein bisschen. Ja, wir müssen es mal machen. Nicht, dass es ein kürzes Problem ist. Und dann wenigstens alle AKWs tot. Auf einmal klack. Dann haben wir ein Problem. Und der Akku hat auch nicht so nah was. Okay. Das heißt, wir müssen die Hauptbase. Dann fahren. Ja. Ja, wir müssen die Hauptbase ein. Und das ist mein Bestes. Und die haben wir dann nicht die Ressourcen dafür da, ne? Mh... Nee, weil wir brauchen... Äh, wie heißt das? Gewebe? Meine ich. Deswegen kann ich das erst mal hier runter. Die sind mit der Hüt gefahren, weil die ja... Äh... Äh... Lass den mal machen. Der weiß schon, was er tut. Ist doch automatisch, oder? Ach so. Ja, warte mal. Vielleicht hab ich das... Vielleicht hab ich die... Vielleicht hab ich die... Okay. Okay. Äh, fällt mir auf. Ist okay. Ich hab dann beflüchtet... Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Kreuzling kaputt ist. Das könnte sein. Weil der 4 auf 1 gehen. Vielleicht die Kreuzling kaputt. Muss eigentlich dann, ja. Ja. Hm. Ja, egal. Funktioniert, ja. Ach ja. Na ja. Oh, komm. Mitterrand. Ja. 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 Sieht auch schön aus. Ja. Ja. Ja, wir müssen mal gucken, ob die... ...Tubes. Genau, Hyper-Tubes. Alle gut sind. Und dann... Definitiv nicht. Das... Wobei, es gibt tatsächlich eine Stelle, wo es nicht gut ist. Hm. Das ist relativ am Anfang von der Hop-Base. Ja, hier... Ja, hier... Da ist die X-Mind auch nicht so geil. Ja, aber es ist... Wobei. Ja, ich glaub, ansonsten ist es okay, bis auf die eine Stelle... ...und dann ist es halt auch mal überarbeitet. Mhm. Krass, das war, als die gebaut haben, halt. Ja. Hoffentlich zum Strecke her, als jeder an dir ist so... ...crazy. Ich mein, gut, aber allein schon... Wir haben eine In-Game-Zeit von... Also rein hier in dieser Welt... ...380, oder was hatte ich gesagt? Ja. 390 oder so. Mhm. Also von daher... Ja, gut, ne? Ja, da braucht man halt irgendwann auch mal Sachen. Hm. Ach ja, und wir haben da nicht das Dach der Zweitbässe angemalt, ne? Ja. Hätte ich noch gar nicht. Oh nein. Oh, bitte nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Was soll? Ja, egal, wenn du noch Treppen... ...sind ja geändert und so. Ach, sieht's gut aus. Braucht's halt langsam auf. Ja, läuft. Sind ja geändert. Nur mit dem Ladung. Nice. So wie... ...hier was hingezeichnet. An die Wand. Oder ausgedruckt. Ja, die sind bestimmt alle ausgedruckt. Ausgedruckt, sogar geladen, bevor die In-Sachen geladen haben. Zum ersten Mal. Ah. Ja. Ist auch schlau, weil die In-Sachen bräuchte noch nicht ins Wind. Nice. So. Okay. Ohne F-Betterfisch übrigens wäre ich hier ungefähr, ohne einen einzigen Rüttler oder Schadwild. What? Ja. Krass. Unfair. So. Aber was... Äh... Ja, wie werden Filter überhaupt hergestellt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, das Sp... Hier. Alter, ich spring runter. Ja. Ja. Und das ist ja das Becken. Das äh... Gelbecken. Na, werd ich weggepäbt. Und geh auch irgendwo noch inzwischen auf so'n Geländer ey. Schon ausgewischen. In der Becken noch... Nice. Auf wie viel gehen wir denn überhaupt? Fähig, also teuer sind wir jeden 30 oder so erstmal. Ok, ich hätte tatsächlich gesagt, deutlich mehr sogar, direkt. Weil das Ding ist, wir müssen ja noch da den Mixer bauen, ne? Den hatten wir noch nicht kopiert gehabt, sozusagen. Also das heißt von mir aus, ruhig für jeden 100. Komm, wir wollen nur die Gasfilter, Gasfilter und Kohle, Gummi und Gewebe, naja. Achso, ne, ich da rein. Und die Gewebe? Ja, genau. Gewebe kann ich ja direkt hier holen. Wie viel brauchen wir denn für, also wollen wir denn überhaupt jetzt 200 herstellen? Hast du die Frage? Ja, wir machen. Okay. Man braucht 400 Gewebe. Das dürfte nicht das Problem sein. Äh, das ist nicht. Alter. Boah, guck mal. Äh. Ja, das dürfte nicht das Problem sein. Ja, hast du schon mal gesagt. Äh. Äh. Das dürfte nicht das Problem sein. Äh, gar nicht eins. Geil. Okay. Ja, wir haben übrigens acht Testplatten drin. Acht. Ne. Und noch ein Elementar. Was können wir denn hier eigentlich noch freistellen? Ne, ein Schwerbuch. Ja. Müssen wir halt... Gewebe. Ah, mit Cedium brauchen wir dafür. Das war das Problem. Hürzer. Ah, ja, okay. Das haben wir. Wo? Da. Äh, in einer der Gästen da. Oh. Oh. No. Nein. Shit. Blätter? Blätter sind natürlich nicht hier. Oder hast du die noch mitgenommen? Ne, Blätter sind... ...wie schon seit einigen Stunden in der ersten Etage, Matze. Ne, hier muss ich. Wenn ihr wisst, da wo die... ...wo das Irrloch durchläuft. Ja, ja. Ja, ja, ich brauche hier, Matze. Äh, warte. Äh, Matze, also ich... ...wär nix sagen. Ja. Was? Wait. Hä? Ach so, okay. Ähm. Oh no. Oh nein. Also, einerseits auf jeden Fall das Problem. Wir brauchen dafür die Zweitbase, äh, dieses Stickstoff... ...äh, Gas, genau. Ne, also das erste... ...das ist, äh... ...Gas. Ja. Und das ist auch aktuell das Einzige. Ja, um den... ...Quellenkompressor zu bauen... ...brauchen wir... ...also, die Forschung müssen wir freischalten. Oh nein. Da brauchen wir nämlich 50 Funksteuereinheiten... ...ja, und ganz entspannte 200 Alkalt-Aluminium-Sheets. Brauchen wir nicht dafür sogar schon alles Gas? Oder nicht? Also gar nicht genau. Ne. Ne, ne. Er wird im Minimum-Sheets-Kombine ohne herstellen. Ja, cool. Ja, wenn die Zweitbase dann steht, ne, dann irgendwann mal... ...der geht nicht. Ja. Die kann nicht stehen, weil... ...also, wir brauchen die für Stickstoff... ...also, wir brauchen die natürlich nicht für alles, aber... ...ja, scheiße. Plus? Äh... ...beziehungsweise, was heißt Plus? Aber... ...war das nicht so, dass wir auch Kupfer... ...ah, ne, stimmt gar nicht. Kupferpulver braucht der gar nicht. Stimmt, alles gut. Okay, dann... ...ist das das Einzige, was wir dann noch brauchen. Ne. Äh... ...so... Alter, vergeben wir erst schnell dort Ewigkeit. Ja, das glaub ich. Ich hol schon mal... ...Cola... ...warte mal 200er... ...und nicht 400 für die Dinger... ...also 50 für jeden erstmal an den Filtern. ...ist, äh... ...ist, glaub ich, angenehmer. Ja, aber andererseits, wir brauchen schon echt viel dort. Wie gesagt, wir brauchen auch Mixer dort. Ja. Und die noch mal herstellen, ist halt... Hm. Ah. Ist halt nicht so. Hätten wir die Zweitbass, beziehungsweise die Mini-Zweitbass... ...dann hätten wir das schon, ne? Wow. Aber... ...ja... ...ja, meinetwegen halt bilden wir das. ...ja, das heißt, wieviel... ...gewebe bestellst du jetzt her? 200. Okay. Ich mach 400. Oh. Dann hol ich nämlich... ...500... ...oder... ...wieso... ...wieso versuch ich... ...will ich das grad mit Zug machen? Hä? Keine Ahnung. Mach, ich lauf da hin. Ist falsch bei mir. Hä? Ich war doch schon da unten. Ach, naja, keine Ahnung. Egal. Ja. Mach, ich meine담�ку für mich! Wow, wieso ist5? Das war's. mir fällt gerade was an wir sind doch ziemlich mit dem zug unterwegs weiß ja nicht nur unser ressourcenzug sondern wir nutzen ja öfters wieso tun wir da eigentlich nicht noch erst filter zweitens im schutzanzug ein jetpack und viertens schule noch rein ist ganz ehrlich das mache ich jetzt ein bisschen was können wir noch hier lassen aber wollen wir den gummi auf der etage zweite die dritte die zweite und keine ahnung was weiß ich wenn die dritte schon mal nicht aber mann zu unter auch wenn ich da doch oben jetzt bin ich bin selber viel zu verwirrt doch klar nee doch da sind ja die kassen maschinen muss da sein der etage die leute in der ecken ja ok ich habe die karte gerade noch um die umliegt ja es stimmt schreibt hier gut was bauen wir denn noch ich habe gerade noch eine nach ich glaube wir brauchen noch kohle ok turbo schrauben dann super kohle weißt du wie viel Warte, Kohle? Ich denke gerade durchgehend an Kupfer. Ja, 500 habe ich schon. Ja, cool. Ich war durchgehend bei Kupfer. Ich hätte nur noch Kohle. Ja, gut. Dann haben wir es. Dann kannst du mir die Hälfte der deiner Ressourcen geben und ich dir Kohle und dann easy. Ne, warte mal. Nicht so viel, warte. So. War das da oder hier? Hier müssen wir. Wir müssen noch eine normale Filter jetzt erstmal herrschen. Ja, doch, geht. Ja, das wird auch. In der Werkstatt? Kann man in der Werkstatt die Filter herstellen? Ja, mache ich gerade. Gut, zu wissen, dass das da auch geht. Ja, ich dachte, das geht nur hier. Ich dachte, das geht nur in der Werkbank. Beziehungsweise, es geht halt entweder oder. Aber wenn du ein bisschen Kohle gibst, kannst du ein bisschen mehr herstellen. Hast du mehr Kohle dabei? Äh, nur so viel, wie es für mich wahrscheinlich reicht. Oh no. Warte, ich guck mal, ob es bei mir aufgeht. Hm, ja, bei mir geht's auf. Ah, super. Ich hab so viel geholt, wie du gesagt hast, quasi, dass ich holen soll, weil... Ich hab so Kohle gar nicht. Ja genau, aber du hast gesagt, du stellst 200 Gewebe her, also hab ich 500 Kohle geholt, was exakt reicht. Die klassische Biomass auch noch ein Gewebe- äh, umgewasselt sich noch in der Tat, ne? Ja, das kann ich nicht wissen. Soll ich. Aber mir reicht, äh, Turbodraht nicht. Mir auch nicht. Ja. Aber gerade der Hälfte erst dann. Ja, ich nicht mal. Wie viel schneller bist du denn? Weiß ich. Fuck. Und ich brauch noch die Aluminiumgehäuse. Hm, ja, ich hab doch 95. Oder eh, weiß ich glaub ich nicht. Äh, 95? Ja. M-Mänke schon. Erst aber warum er jetzt den scheiß Turbodraht. Doch, das reicht auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir in die Zweitmess wieder. Dann sind wir fertig. Ja, dann doch fertig. Alter. Boah, die Legs hier sind aber auch echt übel. Ähm, was für Legs? Ja, da fällt mal ein FPS, aber das würde sagen, ja, drastisch ist das schon. Ich weiß. So. Tschüss, ich fahre schon mal rum. Mist. Dummer. Das ist auf Automatisch gestört, oder? Das heißt, wir haben keine Störungen. Ja. Das ist richtig. Oh, ich bin so froh, wenn das Spiel jemals ohne so wirklich Legs laufen sollte. Also, den Tag werde ich dann feiern. Weil das ist... Oh Gott. Ja, selbst wenn es flüssige 40 sind, bin ich schon komplett zufrieden mit. Aber so oft wie ich Legs habe... Oh. Und ich sag mal so, das liegt quasi nur an dir. Ey. Also, was heißt nur an dir, aber Multiplayer halt, ne? Ne, ne, ne. Deswegen bist only du schuld. Ich bin eigentlich bei dem Alter von der Entwickler, nicht bei mir. sortend gear لا. Genau Kann otro. Jetzt in Tag! Jetzt raus. Dann nie noch bis zum Namen. Und das ist der Grund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020